Digitalisierung kann ein großer Hebel für Ihr Unternehmen sein, aber auch im völligen Chaos enden. Damit Sie den größten Gewinn aus der Digitalisierung haben, stelle ich Ihnen ein paar Tipps und Impulse vor, die sich in der Praxis sehr bewährt haben. Los geht's! Ich grüße Sie, mein Name ist Axel Schröder und ich beschäftige mich seit rund 25 Jahren mit der Optimierung von Unternehmen. Beim Stichwort Digitalisierung kommt natürlich als erstes das papierlose Büro ins Spiel. Alles, was jetzt in Papierform bearbeitet wird, soll dann elektronisch bearbeitet werden, also am Bildschirm. Dadurch soll alles schneller werden und leichter gehen und einfacher und nebenbei werden auch unglaublich viele Kosten eingespart. Vor solchen Wüstenversprechungen kann ich Sie wirklich nur warnen. Die erste Frage ist immer, die ich stelle zumindest, was soll denn eigentlich digitalisiert werden und warum wollen Sie das digitalisieren? Nehmen wir also ein Beispiel. Sie haben einen Handwerksbetrieb, zum Beispiel eine Dachdeckerei und die täglichen Arbeitsaufträge für Ihre Leute draußen auf den Dächern, das soll digitalisiert werden. Und bisher haben Sie die Arbeitsaufträge für den jeweiligen Arbeitstag in Form von Arbeitskarten aus Ihrem Warenwirtschaftsprogramm, aus Ihrem Projektmanagement-Software ausgedruckt für die Mitarbeiter draußen, den Leuten in der Früh, den Vorarbeitern in die Hand gedrückt und mitgegeben. Also Sie haben kurz besprochen hier, da ist euer Arbeitsauftrag, das ist eure Arbeitskarte, bitte führt die Arbeiten für heute entsprechend aus. Und am Abend wurden dann die abgearbeiteten Arbeitskarten ins Büro zurückgebracht und anschließend dann die erbrachten Leistungen auch entsprechend abrechnen zu können. Natürlich kostet so ein Ausdruck von so einer Arbeitskarte Geld, aber war das wirklich das Problem im betrieblichen Ablauf, die fünf, acht Arbeitskarten am Tag auszudrucken. Nein, das war eben gerade nicht das Problem. Das Problem waren Arbeitskarten, die vergessen wurden, am Abend ins Büro zurückzugeben. Speziell bei Projekten, die mehrere Tage oder Wochen Arbeit erforderten, fiel es eben erst relativ spät auf, dass einzelne Arbeitskarten fehlten. Und die mussten dann umständlich gesucht und nachgetragen werden. Also, wenn Sie jetzt die Arbeitskarten digital an Tablets der Vorarbeiter senden und diese dann digital wieder vom Tablet ins Büro zurückgeschickt werden, dann ist ja das Problem des Fehlen einzelner Karten nicht deswegen behoben. Sie fehlen dann eben elektronisch. Die liegen und zwar nicht mehr als Zettel im Auto der jeweiligen Kolonnen irgendwo rum, sondern sie liegen eben als elektronische Zettel auf irgendwelchen Tablets. Also, sie kommen vom Regen in die Traufe. Und daher ist da immer der erste Schritt, den alten analogen Prozess zu stabilisieren. Und wenn Sie mit einer einfachen Liste aufschreiben, dass Sie am Morgen fünf Arbeitskarten ausgegeben haben und am Abend nur vier Arbeitskarten zurückgehalten haben, dann können Sie sofort nachfragen, was mit der fehlenden Karte ist. Und dieses System des Nachhaltens wäre bei der Digitalisierung ebenfalls zu berücksichtigen. Wenn es also in Ihrer Projektmanagement-Software keine gute Übersicht über die ausgegebenen, respektive an die Tablets übertragenen Arbeitskarten gibt, samt der Zurückmeldung am Abend, dass die Karte erledigt ist, dann lösen Sie damit das Problem nicht, sondern Sie verlagern es nur in eine Software, wo sie im Zweifel noch weniger zu finden ist. Das Gleiche beim Thema Kundenrechnungen und offene Postenliste. Wenn Sie Ihre Rechnungen an die Kunden ausdrucken und in einem Ordner offene Rechnungen abheften und beim Zahlungseingang in den Ordner bezahlt umheften, dann ist dieser Prozess analog und relativ stabil. Wenn Sie Ihre Rechnungen nur elektronisch verwalten und es keine gute offene Postenverwaltung mit allen denkbaren Sonderlocken wie das Kontoabzug, Sicherheitseinbehalte etc. gibt, dann kann es eben passieren, dass Sie elektronisch schneller den Überblick verlieren, als wenn Sie analog arbeiten würden mit Ihrem Beleghefter. Also zuerst muss der Ablauf analog wirklich stabil sein, dann kann er digitalisiert werden. Und viele Büroaufgaben können grundsätzlich rein digital bearbeitet werden, einfach aufgrund der Tätigkeit. Man wird also dadurch zum Beispiel ortsunhängiger, was jetzt in der vergangenen Corona-Zeit sicherlich ein großer Vorteil war, wenn wenigstens Teile eben im Homeoffice arbeiten konnten oder man muss eben schauen, dass man dafür auch ein paar Grundvoraussetzungen schafft. Also wenn die Mitarbeiter eine IT-Ausstattung haben bei Ihnen im Betrieb, bei der Sie trotzdem im Büro anwesend sein müssen, weil Sie zum Beispiel an Desktop-Computern arbeiten statt an einem Laptop oder von außen eben keinen Zugriff auf die verwendete Software möglich ist, weil es eben kein Cloud-Dienst ist, sondern eben auf irgendeinem Server betrieben wird, dann haben Sie mit der Digitalisierung eben nicht den Vorteil der Ortsunabhängigkeit geschaffen. Also wenn Ihnen das wichtig ist, dann müssen Sie auch dafür die entsprechenden Grundvoraussetzungen schaffen. Was nutzt denn eine tolle Software wie zum Beispiel Microsoft Teams, die Sie ja vermutlich eh schon bezahlen in Ihrem Abonnement, wenn die Mitarbeiter in Ihren Computern eben keine Videokamera und kein Headset haben? Dann können Sie zwar vielleicht im Chat schreiben, aber das, wofür es eigentlich gut ist, schnelle Videoabsprachen zum Beispiel, geht dann eben halt nicht. Und dann werden Bilder oder Ähnliches von den Mitarbeitern zum Beispiel ins Büro mit Messengern, wie WhatsApp oder Signal gesendet. Und Sie haben den weiteren Baustein in Ihrem ohnehin schon großen Softwarefundus. Also gerade das Zusammenbringen eben und das Komprimieren auf wenige, aber dafür gut verwendete Software ist mit Sicherheit einer der ganz, ganz wichtigen Schritte. Und wenn es analog keinen stabilen Prozess gibt, wie zum Beispiel Aufgaben an Mitarbeiter delegiert werden, weil zum Beispiel der Ausdruck auf den Schreibtisch gegenübergelegt wird oder einfach eine E-Mail mit der Kundennachfrage oder sowas einfach weitergeleitet wird und es keine Übersicht über die offenen Aufgaben bei den jeweiligen Mitarbeitern und eine Rückmeldung der Fertigstellung gibt, dann hilft eben eine elektronische Aufgabenverwaltung auch nur bedingt. Es wird früher oder später im digitalen Chaos enden. Ich habe einem meiner Kunden am Anfang eine klassische Hängeregistratur für die Schreibtische der Mitarbeiter empfohlen. Jede Aufgabe kommt in so eine Hängemappe rein, immer nur eine pro Mappe und die älteste ist immer ganz vorne und neue werden quasi hinten als letzte entsprechend eingehängt und hinzugefügt. Und wenn die Aufgabe erledigt ist, dann kommt die Mappe aus dem Register und kommt eben in die Ablage, wo die leeren Mappen drin sind. Das ist jetzt erstmal von der Digitalisierung ganz weit weg und ziemlich unsexy, das ist mir klar. Aber wir haben den Prozess der Aufgabendelegation samt Rückmeldung wirklich stabilisiert. Nachdem es also einige Zeit lang wirklich gut lief, konnten wir danach relativ problemlos auf eine digitale Aufgabenverwaltung wie Trello, A-Work oder Microsoft Planner wechseln. Vorher wäre das einfach schwierig gewesen, weil eben keiner im Büro gewohnt war, so systematisch zu arbeiten, dass man eben in diesem First-in-First-out-Prinzip einfach seine ganzen Aufgaben entsprechend abarbeitet. Also suchen Sie sich einen Standardprozess aus und bringen Sie diesen analog unter Kontrolle. Und wenn der dann stabil läuft, dann können Sie ihn digitalisieren und auch wirklich die vielen, vielen Vorteile eben nutzen. Aber Digitalisierung als solche, also nur damit es digital ist, bringt nur bedingt einen Mehrwert und sorgt eben oft für mehr Verwirrung, als es eben wirklich hilft. Versuchen Sie vor allem mit Ihrer bestehenden Software, Ihre Abläufe digitaler zu gestalten und die einzelnen IT-Systeme miteinander zu integrieren. Da gibt es also ganz tolle Lösungen, wenn es zum Beispiel Ihr Ziel ist, die Programme im Microsoft 365-Umfeld zu nutzen, dann sollten Sie die für die schnelle Kommunikation zum Beispiel Microsoft Teams einsetzen und eben nicht WhatsApp oder Signal. Also dass man eben schaut, dass man möglichst wenige Softwarepakete und verschiedene Anbieter eben nutzt, sondern das, was da ist, möglichst integriert. Also fassen wir es nochmal zusammen. Mit der Digitalisierung lassen sich wirklich Kosten einsparen und vieles geht wirklich schneller. Also Sie können die Prozesse wirklich erheblich beschleunigen in Ihrer Durchlaufzeit, weil Wartezeiten und Transportwege eben wegfallen. Man kann auch oft ortsungebunden arbeiten, was die Vereinbarung eben von Beruf und Familie erleichtert. Das ist auch gut für Ihre Arbeitgebermarke, dass Sie eben sowas ermöglichen mit. Und das hilft auch ein Stück weit quasi, dass man gute Bewerbungen eben mitbekommt. Aber dazu braucht es eben tatsächlich stabile Prozesse und klare Regelungen, weil sonst kann die Digitalisierung eben dazu führen, dass die Suchzeiten noch größer werden und die verschiedenen Software-Systeme miteinander eben schlecht vernetzt sind, was letztendlich wieder mehr Arbeit bedeutet. Weil wenn Sie wieder nur Daten von dem einen Software-System mit anderen abtippen müssen und so weiter, das macht absolut eben keinen Sinn. Ich bedanke mich für Ihre Zeit. Wir sehen uns im nächsten Video. Herzlichst, Ihr Axel Schröder.